Auf den Gängen des Borussia-Parks herrscht geschäftiges Treiben. Aktuelle Gerüchte deuten auf eine mögliche Meisterleistung auf dem Transfermarkt hin, die die Rückkehr eines alten Bekannten in die Bundesliga bedeuten könnte, Daichi Kamada. Die Verhandlungen laufen und die Fans von Borussia Mönchengladbach sind gespannt, ob diese Spekulation wahr wird. Verlässlichen Quellen zufolge finden bereits Vorgespräche zwischen den Gladbacher Verantwortlichen und den Spielervertretern statt. Es scheint, dass Kamada ernsthaft darüber nachdenkt, Lazio zu verlassen und in die Bundesliga zurückzukehren, wo sein Talent noch besser zur Geltung kommen kann. Seine aktuelle Situation bei der italienischen Mannschaft ist nicht ideal und eine Rückkehr nach Deutschland könnte der Schritt sein, den er braucht, um seine Karriere wiederzubeleben. Die Nachricht gewann an Bedeutung, nachdem berichtet wurde, dass Kamada und Lazio sich lediglich auf einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine Verlängerung geeinigt hätten. Es scheint jedoch, dass beide Parteien mit dieser Vereinbarung nicht zufrieden sind. Unterdessen sorgt bei Borussia Mönchengladbach die Idee, Kamada, einen bewährten Spieler mit großem Talent, zurückzuholen, bei Managern und Fans für Aufregung. Für Borussia wäre Kamada mehr als nur eine einfache Verpflichtung. In der Bundesliga hat er sich bereits während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt bewährt, wo er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als offensiver Mittelfeldspieler unter Beweis stellte. Seine Kreativität, Spielvision und Abschlussfähigkeit machten ihn zu einem der aufregendsten Spieler der Liga. Sollte Kamada tatsächlich zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren, könnte er das Mittelfeld der Mannschaft deutlich verstärken und eine noch schlagkräftigere und dynamischere Angriffsoption bieten. Seine Ankunft könnte der Mannschaft neue Energie und Inspiration verleihen, das Spielniveau steigern und die Erfolgschancen bei nationalen und europäischen Wettbewerben erhöhen. Nun stellt sich bei den Fans die Frage, wird Daichi Kamada wieder das Trikot von Borussia Mönchengladbach tragen? Und wenn ja, wie wird er in die Mannschaft passen und wie wird sich das auf die Leistung der Mannschaft in der Bundesliga auswirken? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit und bleiben Sie gespannt auf weitere spannende Updates zu diesem möglichen Transfer. Ab sofort steht uns der Mitgliederbereich zur Verfügung, damit ich weiterhin daran arbeiten kann, euch jeden Tag mit allen Neuigkeiten unserer geliebten Borussia zu versorgen. Dank im Wohaus.